Ich denke, dass es für jeden Sportler interessant ist, hier mitzumachen, da er neue Erfahrungen sammeln kann und auch mal unter professionellen Bedingungen arbeiten kann, wenn es auch nur für zwei, drei oder vier Tage ist. Weil es eine super Chance ist, auch für die, die mal Rückschläge hatten und vielleicht manche Talente einfach nicht entdeckt wurden, aber jetzt vielleicht rausstechen durch solche Sichtungen. Man merkt auf jeden Fall, dass von jedem Sichtungstraining zum nächsten die Qualität gestiegen ist und heute ist es auch wieder so, sowohl Vormittag als auch Nachmittag. Es wird immer besser. Es ist super, von höheren, ich sag mal, Stars oder besseren Trainern trainiert zu werden, weil die einfach mehr Ahnung haben, die wissen, was da auf uns zukommt und darauf können wir uns da sehr gut vorbereiten. Ich finde es super, von Weltmeistern trainiert zu werden, also von ehemaligen Weltmeistern. Es macht viel Spaß und wir geben einem auch viel von der Erfahrung von denen ab, also das passt. Ich bin wiederentdeckt aufmerksam geworden im Internet und habe das dann verfolgt, habe mich informiert und habe gedacht, das wäre doch eine Sache für mich, die ich mich zeigen kann und einfach auch neue Erfahrungen sammeln kann unter qualifizierten Trainern, wo man die Chance ja normal nicht hat. Also ich habe vom Wiederentdeck erfahren von einem guten Kuppel. Er hat mich darauf hingewiesen, dass es eine gute Chance für mich ist. Ich habe das dann per Facebook nachverfolgt und jetzt bin ich hier, weil ich einfach die Chance nutzen möchte, vielleicht sogar ein Profi zu werden. Dann kann ich die Zukunft, die ich bis zum nächsten Mal sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017